Hallo YouTuber und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und heute geht es weiter mit der Glory Hunter Karriere. Wir starten heute rein in die Champions League gegen Lazio Rom. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse aus der Vorwoche. Sevilla United 0-0, Marseille verliert 3-5 gegen Porto, Manchester City verliert gegen Barcelona das Hinspiel und Leipzig gewinnt gegen Atletico. Wir müssen ran gegen Lazio Rom und das tun wir mit folgender Elf. Wir werden natürlich weiterhin eigentlich kaum was ändern. Wir haben Alain vorne reingepackt, der verdient jetzt mal den Startelf-Einsatz, würde ich sagen. Hat ja im letzten Spiel dann auch noch nicht, doch, er hat getroffen nach Vorlage von Mädchen, genau so rum war es. Und dementsprechend wird er auch starten in diesem Spiel. Emre Can kommt auf die 6, ist ja im Prinzip unser bester Sechser, den wir haben. Und ansonsten haben wir eine sehr breite Bank. Wir haben halt hier in der Champions League eine 12er Bank. Ich habe mal Ne hochgezogen. Das Problem ist jetzt halt, in Real Life ist jetzt blank verkauft worden für 7 Millionen, also Kill Masterclass, 7 Millionen, 12 Millionen Rückkaufklausel. Schreibt mir gerne rein, ob ihr wollt, dass ich das im Ingame-Editor nachstelle quasi. Das gleiche könnten wir theoretisch auch für Reikhoff machen, weil die beiden sind ja eigentlich weg, die sind ja nicht mehr da. Ich werde für die beiden hier halt nicht mehr das Geld bekommen, logischerweise. Ich kann die auch einfach normal verkaufen. Ich glaube, ich verkaufe die lieber normal. Ich will den Ingame-Editor eigentlich nicht weiter nutzen. Ich habe das nur am Anfang für den Terzic gemacht. Und ansonsten war es das. Dementsprechend plane ich dann auch nicht mehr mit Reikhoff und Mané. Mit Reikhoff und Blank natürlich. Mit Mané wiederum schon. Das ist ein Riesentalent in der Innenverteidigung. Hat jetzt schon einige richtig gute Werte. Und ich nehme den mal als Backup für die Innenverteidiger-Position mit. Wolf und Rajasen für die Außenverteidiger-Position. Wir haben Salih Ötchan mit dabei. Matcher, Wäthchen, Brandt, Reina für die zentralen Positionen hier. Eigentlich nur Ötchan für die 6 und die anderen 4 halt für die beiden Positionen. Reina kann theoretisch auch Flügel spielen. Genauso wie Brandt, wenn man ehrlich ist. Adeyemi, Völkru, Moukoko vorne noch für die Offensive. So gehen wir dann rein. Wir stellen in der Viererkette nichts weiter oben. Ich meine, wir haben auch keine wirklichen Alternativen, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen Philippe und Mané noch eine Rückennummer geben. Die kriegt da von Schalke hier. Und ich würde sagen, wir gehen rein in unsere erste Champions-League-Partie. Jetzt habe ich kurz gepennt und die Startelf von Lazio verpasst. Egal, hier sehen wir nochmal unsere. Wird in einem 4-1-4-1 dargestellt. Ist aber eigentlich ein 4-3-3, wenn wir ehrlich sind. Hier sehen wir es nochmal, wie sie einlaufen. Ich würde sagen, das müssen wir uns jetzt aber auch nicht großartig angucken. Wir gucken uns gleich nochmal ganz kurz die Startelf an, weil das habe ich jetzt halt, wie gesagt, verpennt. Aber ja, wir gehen ansonsten rein in diese Partie. Unser erstes Champions-League-Spiel. Hoffentlich wird es besser laufen als unser erstes Pokalspiel. Hoffen wir es zumindest mal. So, jetzt haben wir hier kurz einen Stopp. Sie spielen auch in einem 4-3-3, wie wir hier sehen. Rollen haben wir natürlich jetzt noch nicht drin. Das ergibt sich erst mit der Zeit. Das wird erst mit der Zeit so ein bisschen klarer. Aber ja, im Endeffekt haben sie auch die gleiche Formation. Zumindest mal in der Grundordnung. Was dann am Ende hinter steckt, werden wir dann sehen. Freistoß über Marco Reus, aber der geht nur in die Mauer. Und wird dann dementsprechend geblockt. Wir kriegen dann hier die Ecke noch zugesprochen. Reus mit dem Ball in die Mitte. Und ich glaube, Aller ist es dann genau, der sich da leider nicht durchsetzen kann. Und das ist katastrophal, muss man sagen. Mats Hummels verletzt sich. Und das mögliche Armverletzungen, der ist auch instant aufgeploppt. Also, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Wir ziehen Niklas Süle in die Innenverteidigung. Und ich würde sagen, Rajasson spielt den inversen Außenverteidiger auf der Seite. Das probieren wir jetzt mal. Ich will jetzt noch nicht so viel Philippe Omanet für sein Champions-League-Debüt bezwingen hier. Das wissen wir nicht. Solange wir noch bessere Alternativen, sage ich jetzt mal erst sagen. Der ist halt noch jung. Hat noch nicht... Hat auch schon gute Werte, aber noch nicht so viel Potenzial. Okay, das war scheinbar eine Doppelverletzung. Bei Lazio ist nämlich Vecino in der gleichen Minute rausgeflogen. Also rausge... Ne, musste ausgewechselt werden für eine Verletzung. Also, ja, haben sie es scheinbar gegenseitig da verletzt, wie es scheint. Und das ist gar nicht gut. Oh, Schlotterbeck und Süle mit den Abstimmungsfehlern. Und dann klärt Schlotterbeck in letzter Sekunde aber noch gerade so einen verhinderten Gegentor. Das war, ja, nicht gut verteidigt, dieser Pass. Also, ja, der Pass darf so nicht durchkommen einfach. Nächste Ecke fühlen sie wieder kurz aus, ist die Frage. Er steht zumindest mal da und bietet sich an. Und die Tuns auch machen es ganz gut, muss man sagen. Alberto kommt in den 16er, Sabitzer geht aber dazwischen und der Ball wird geblockt. Das ist dann ganz gut. Und hier ist Mahlen da, aber genau zu Casale. Hijai, der schon gelb hat, der Rechtsverteidiger. Ja, das war's. Einwurf für Lazio. Wir gehen dazwischen und jetzt vielleicht mal ein Konter über James Sancho. Nein, aber über Lea vielleicht und der mit einem katastrophalen Fehlpass. Ah, das war nicht gut. Jetzt haben sie wieder den Ball, Lazio, und spielen das jetzt ganz, das Ganze nach vorne. Aber Sancho macht es gut. Bleiben trotzdem am Ball die Römer. Und das ist ein guter Ball hinter die Abwehrkette. Süle blockt ihn aber noch an den Pfosten ab. Das war sehr glücklich. So langsam wird auch ein bisschen deren Grundordnung klar. Die spielen auch mit einem inversen Außenverteidiger auf Verteidigen. Mit dem Hijai dann in dem Fall. Aber auch mit einem inversen Flügelverteidiger tatsächlich. Der dann hier auf die 6er Position so ein bisschen rückt. Das sieht man hier auch. Die 77 und die 32. Also 32 müsste Kataldi sein, der 6er. Und die 77 müsste Marusic dann sein, der Linksverteidiger. Und da haben sie hier auch diese Dreierkette hinten quasi vorne mit einem Raumdeuter mit Philippe Andersson. Die stehen sich hier so ein bisschen auf den Beinen mit Rovella, der jetzt mit Zaller hier unterwegs ist. Und dann haben wir Luis Alberto. Achso, achso, okay. Jetzt ist es halt natürlich 3er, 6er, 9er, ja. Einer ist schon doppelt drauf, weil die ja wechseln mussten. Also quasi 10 und 17 sind die gleiche Person quasi. Das ist ein bisschen blöd gelöst, weil dadurch, dass man wechselt, verschwindet der alte Punkt quasi nicht. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Aber es sind jetzt hier quasi Feldspieler bei uns dann auch. Ja, also das Ganze sieht relativ ähnlich aus im Vergleich zu uns. Also kann man einigermaßen vergleichen, zumindest mal was das hier angeht. Sie ziehen halt den Linksverteidiger mit in die Mitte. Da müssen wir mal gucken, wie sich das noch auswirkt. Bisher haben sie auf jeden Fall den besseren Start erwischt. Wir jetzt mal mit einem Standard aus dem Halbfeld. Ben Subaini bringt den Ball in den 16er. Emre Can verliert das Duell gegen Sakhani. Und der läuft durch und macht am Ende das Tor. Das war katastrophal. Weil komplett, also dieser Ballverlust von Emre Can auf Höhe der Mittellinie als letzter Mann ist dann natürlich katastrophal. Da sehen wir es. Den hat er ja fast schon. Das Problem ist halt, wir sichern auch nur mit einer Person ab. Und das ist Emre Can. Und der muss dann halt da so rausgehen. Und dann kommen wir auch nicht mehr wirklich hinterher. Und der macht das dann halt ganz gut. Ja, das war keine sehr gute erste Halbzeit. Die war zum Vergessen, um ehrlich zu sein. Wir haben nicht eine wirkliche Chance. Wir hatten nicht einen Highlight. Also keine Chance gehabt. 0,07 XG. Passquote ist ganz gut. 92% angekommen. Das ist in Ordnung. Haben aber auch deutlich weniger gespielt als der Gegner. Um die 100 Pässe weniger. Und ja, 40% Ballbesitz sagt dann auch alles. Also das war wirklich sehr schwach in der ersten Halbzeit, muss man sagen. Ja, Emre Can spielt auch ein Katastrophenspiel. 6,3. Der wird dann auch nicht mehr allzu lange auf dem Platz stehen. Aber generell läuft es hier auch wirklich gar nicht gut, muss man sagen. Also müssen wir mal schauen, was wir dann noch ändern können. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so in die zweite Halbzeit und gucken, ob es sich vielleicht verbessert. Wir gehen auch nochmal auf Offensiv wieder. Hat bisher immer ein bisschen besser noch funktioniert, was die Offensive auch angeht. Aber mal schauen. Freistoß für Lazio, Alberto. Aber Kobel ist da und dann wird der Ball geklärt. Ja, also wir kommen nicht ins Spiel. Der nächste Freistoß für Lazio. Wieder Alberto, aber diesmal über die Mauer. Schlotterbeck blockt den aber. Über die Mauer sag ich schon. Übers Tor würde ich sagen. Aber Schlotterbeck hat den in der Mauer geblockt wiederum. Das heißt, es gibt jetzt Ecke. Alberto wieder. Alea kann aber klären. Da ist wieder der Torschütze. Wieder Alberto. Ja. Ja. Wir kommen nicht so ganz an den Ball. Und dann ist er aber auch weg. Wir wechseln dreimal. Brand kommt in die Zentrale. Der feiert jetzt endlich mal seinen Comeback. Ötchan kommt für Can, der ein Katastrophenspiel gemacht hat. Und wir setzen jetzt erstmal Völkug vorne ein. Und gucken dann. Einen Wechsel sparen wir uns noch auf. Und schauen dann mal, wie wir es machen. Aber bisher geht halt wirklich gar nichts nach vorne, muss man sagen. Also das ist wirklich ein Katastrophenspiel. Wir haben nicht ein einziges Highlight bisher gesehen. Wir bringen jetzt nochmal Adeyemi für Mahlen rein. Spielen ihn jetzt Inversen, Außenstürme auf. Unterstützen. Dann haben wir halt jetzt auch nochmal. Ups. Wir stellen das Ganze mal um. Wir gehen jetzt mit beiden offensiven Außensteigern. Also das beide jetzt mal nach vorne schieben. Wir haben zwei Inversenspieler auf den Flügeln. Ansonsten haben wir jetzt Tiefensechser mit Ötchan. Der so ein bisschen hier den Dreieraufbau machen soll. Und ein bisschen mehr absichern soll. Mittelfeld stellen wir auch nochmal um. Ein zurückgezogener Spielmacher bei Sabitzer. Und Brandt geht mit nach vorne als ZMA. Und ja, damit wollen wir jetzt in den letzten Minuten hier nochmal irgendwas reißen. Weil ja, zu sehen war bisher noch nichts von uns. Es sieht ganz nach einem Highlight-losen Spiel für uns aus. Aber wir kriegen nochmal eine Chance. Okay, zweite Minute der Nachspielzeit. Das dürfte nicht der Abpfiff sein. Also wir sollten theoretisch hier nochmal ein Highlight sehen. Hoffentlich in dem Fall für uns. Das wäre ja ganz gut, wenn sie bei Ini nimmt Zancho mit. Aber der verliert den Ball direkt gegen Rovella. Das ist sehr schwach einfach heute, was wir hier sehen. Dann der direkte Ball von Zaccani in die Spitze auf Immobile. Der scheitert am Ende aber an Schlotterbeck, der den Ball zur Ecke ablockt. Aber ja, also wir können uns hiermit von einem Highlight in diesem Spiel für uns verabschieden. Das wird nichts mehr. Jetzt geht es nur noch darum, hier das 1-0 über die Zeit zu bringen in den letzten zwei Minuten. Weil ich sage, da wird nichts mehr nach vorne gehen. Das sage ich euch. Jetzt geht es wie gesagt nur noch darum, dann im Rückspiel müssen wir halt abliefern. Also das Hinspiel war wirklich eine reine Katastrophe. Jetzt sehen wir hier zwar nochmal ein Highlight, aber das ist die 94. Minute. Ich gehe mal davon aus, dass das hier einfach der Abpfiff sein wird. Wobei wir nochmal im gegnerischen 16er sind. Adeyemi setzt sich da irgendwie durch. Aber dann ist der Ball auch weg. Und ja, Ötchan hat den nochmal. Ben Subaini wird mitgenommen. Aber auch der verliert den Ball. Und dann wird abgefiffen. Das war eine Katastrophe. Das war eine offensive Katastrophe. Vier Schüsse, nicht einen aufs Tor. Ich würde mal behaupten, alle sind ja von außerhalb des 16ers hier irgendwo gewesen. Also nichts, was man irgendwie hätte vorzeigen können. Czad hat noch den Fehler mit Torfolge gehabt. Perfekt. Hummels verletzt raus. Nochmal perfekt. Und ja, das war wirklich ein Katastrophenspiel. 0,18 xG ist einfach, ja, erbärmlich. Das war zu wenig von uns und das kann man auch so sagen. Mats Hummels hat einen Handgelenksbruch. Wir haben jetzt natürlich mehrere Optionen. Wir können ihn zum Arzt schicken, zum Spezialisten oder zum Physiotherapeuten. Physiotherapeut dauert damit mit am längsten. Wobei alles sieben bis acht Wochen sind ja auch ungefähr zwei Monate. Wir werden ihn aber mit Verletzungen spielen lassen. Er kriegt eine Schutzkleidung für zwei bis drei Monate und kann Spiele absolvieren. Das kostet uns 7.000, aber das ganz im Ernst nehme ich dann einfach mal mit in Kauf, weil Mats Hummels, auf den können wir aktuell halt nicht verzichten. Das ist halt einfach so. Also das haben wir auch gemerkt. Die Defensive ist extrem dünn besetzt, auch was die Qualität angeht. Da können wir uns keinen großartigen Ausfall erlauben. Wir haben uns weiter bei den Mitarbeitern verstärkt. Einige Spieleanalysten und Scouts geholt. Hier sehen wir es nochmal. Adrian Tarascon, Juras, Fischer. Hier seht ihr auch immer nochmal, woher wir die geholt haben. Graham war zum Beispiel, glaube ich, Ablöse, also vereinslos. Assistenzgenauern haben wir uns zwei Stück geholt tatsächlich. Wir haben uns, wie gesagt, ein, zwei Scouts noch geholt und Spieleanalysten, die wir halt eben aktuell auch benötigt haben. Damit sitzt unser Mitarbeiterstab vollständig und sieht auch soweit ganz gut aus. Höchstwert in der Bundesliga, Höchstwert in der Bundesliga, außer bei Datenanalyse. Da sind wir nur Zweiter, aber ist ja trotzdem erstmal stabil. Und auch hier bei der medizinischen Abteilung sind wir der Höchstwert der Bundesliga. Das sieht auch insgesamt ganz gut aus, würde ich sagen. Was nicht so gut aussieht, ist diese Verletzung. Yusufa Moukoko fällt für vier bis sieben Wochen aus. Das tut sehr weh. Hat jetzt die letzten Spiele nicht mehr so viel Einsatzzeit bekommen. Wir müssen da wirklich gucken, dass wir da gut rotieren. Und wir müssen auch ein anderes System noch finden. Ganz im Ernst, ich warte nur auf die neue Saison. Da kann ich ja nicht Transfers tätigen und die Mannschaft so strukturieren, wie ich es möchte. Ist aktuell halt schwierig. Wir überlassen es mal den Physios, logischerweise. Ich will ihn nicht fit spritzen jedes Spiel. Er muss jetzt halt erstmal dann auf der Bank, beziehungsweise auf der Tribüne verweilen und fit werden. Müssen wir mit leben. Das gleiche geht ja auch für Marzen. Also die kommen ja dann wahrscheinlich ungefähr gleichzeitig wieder, würde ich behaupten. Wobei, Marzen ist ein Ticken früher vielleicht. Aber ich würde sagen, um einen kurzen Plan zu zeichnen für die Folge heute. Wir gucken uns jetzt noch das Hoffenheim-Spiel an und machen dann noch das Union-Spiel und das Werder-Spiel, würde ich sagen, off-camera. Die mache ich beide off-camera. Und dann machen wir noch das Rückspiel gegen Lazio heute. Und gucken, was in der Champions League so geht. Hoffenheim, wie gesagt, dann die beiden off-screen. Und das machen wir on-camera. Ich zeige euch dann natürlich wieder im Nachhinein, wie die Spiele gegen die anderen beiden gelaufen sind. Wir machen mal Ballbesitzphase, weil das fehlt mir noch so ein bisschen. Ja, genau. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Spiel gegen Hoffenheim. So, nach der Champions League rotieren wir mal ein bisschen. Beino Gittens und Adeyemi kommen in die Startelf. Genauso wie Reiner und Matcher. Auch Salih Ötchan bekommt seine Startelf-Chance. Nachdem Emre Can ja wirklich ein Katastrophenspiel hingelegt hat und das nicht mal akzeptieren wollte. Er hat eine 6,2 bekommen. Ich habe ihn kritisiert für die Leistung. Er sagt, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Erstmal auf die Bank. Marius Wolf bekommt man eine Chance in der Startelf. Als inverser Außenverteidiger verteidigen kann er einigermaßen. Wir probieren es zumindest mal aus. Ist ja eigentlich eher der Typ Schienenspieler, wenn man ehrlich ist. Aber ja, wir müssen es halt mal ausprobieren. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch rein. Hummels bekommt jetzt erstmal die Pause. Er ist zwar prinzipiell fit, aber ich will ihn trotzdem für ein paar wichtigere Spiele im Zweifel aufbewahren. Wobei Liga eigentlich schon unser Hauptfokus sein sollte. Weil sind wir ehrlich, in der Champions League glaube ich nicht, dass wir sonderlich weit kommen in dieser Saison. Dementsprechend könnten wir das eigentlich auch hinten ranstellen. Liga sollte eigentlich Priorität haben, dass wir dann in die Champions League kommen. Aber ich bin der Meinung, auch mit dieser Startelf sollten wir Hoffenheim mindestens mal auf Augen wieder begegnen können. Und auch schlagen können. Hier sehen wir es. 5-2-1-2 spielen sie im Endeffekt. Fünfer Kette hat uns gegen Freiburg nicht so ganz gelegen. Wobei wir die Chancen hatten. Wir haben halt nur die Tore nicht gemacht. Aber ja, hier sehen wir nochmal die Tabelle. Wir können an Stuttgart vorbeiziehen, wenn wir gewinnen sollten. Und wir müssen auch, und ich glaube auch an Leipzig. Weil Leipzig hat jetzt gegen Bayern an diesem Spieltag verloren. Und Stuttgart hat auch nicht gewonnen. Dementsprechend können wir an beiden vorbeiziehen. Mit einem Unentschieden wären wir sogar an Stuttgart vorbei, wie wir sehen. Und wir sehen auch eine Verletzung. Und das kotzt mich richtig an. Jadon Sancho kommt direkt rein für Karim Adeyemi, der sich hier verletzt hat. Nach nur drei Minuten Unterschenkelverletzung. Perfekt. Ja, dann kommt Jadon Sancho rein für den frühen Einsatz. Hier sehen wir es. Wir sind an Stuttgart aufgrund des Torverhältnisses vorbei. Wir waren halt nur ein... Was ist denn jetzt hier los? Was? What the fuck? Vor allem sind es ja auch noch zwei Spieler, die jetzt nicht mal viel Spielzeit hatten. Also... Ja, Julian Brandt für Gio Reyna. Und jetzt haben wir nur noch eine Wechselfase. Perfekt. Also das war wirklich Horror. Zwei Verletzungen, bevor wir irgendein Highlight gesehen haben. Auch so, dass sie uns natürlich zwei Wechselfasen kosten. Das ist so belastend einfach. Das war jetzt das erste Highlight dieser Distanzschuss von Hoffenheim. Ich habe gerade nicht auf den Spieler geachtet, wer es war. Ich glaube Stach, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, also dieser Anfang. Es passiert auch irgendwie gar nichts im Spiel mal wieder. Es ist sehr frustrierend alles hier gerade. Wir sind zumindest damit erstmal an Stuttgart vorbei und punktgleich mit Leipzig. Aber wir können ihn natürlich uns vor beide schieben, wenn wir hier gewinnen sollten. Und dafür müssten wir aber auch mal Highlights sehen und nach vorne spielen. Was irgendwie nicht so ganz passieren will. Jetzt haben wir mal ein Highlight. Benzebaini mit einem Einwurf auf Brandt. Der nimmt Matcher mit. Schöne Flanke auf Alea. Aber der kriegt den Ball nicht aufs Tor. Das war mal eine schöne Chance nach einem Einwurf. Aber da muss trotzdem außen Spiel darauf mehr gehen. Jetzt haben die auch einen Verletzten. Die mussten... Skow. Rote Karte für Skow. Brandt. Bitte, nicht schlimmer. Verletzten. Aber ja, rote Karte für Skow. Das heißt, sie sind einer mehr hier für eine Halbzeit mindestens mal. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Aber nicht, wenn wir so die Bälle da verlieren. Komplett unnötig in der eigenen Hälfte. Ballverlust von Beinu Gittens. Jetzt müssen wir uns die Kugel da hoffentlich irgendwie wiederholen. Stach mit der Flanke. Süle köpft raus. Aber Grilic bleibt dran. Nimmt Juracek mit. Neuzugang ja hier auch in Real Life im Winter, glaube ich, gekommen. Er hat mir vorher zumindest noch nichts gesagt. Ich glaube, der ist im Winter gekommen. Stach mit dem Schuss, aber zum Glück komplett drüber. Ja, die Ausgangslage ist jetzt natürlich relativ komfortabel mit einem Mann mehr. Da muss aber trotzdem insgesamt einfach mehr gehen, muss man sagen. Das ist bislang wieder mal zu wenig. 0,2 xG. Wir haben nicht ein richtiges Highlight gesehen. Wir hatten halt diese Chance nach dem Einwurf. Aber das ist auch nicht das Wahre. Wir müssen mal das Ganze hier ein bisschen umstellen vielleicht. Vielleicht noch enger beisammenstehen. Ich weiß nicht. Also die Breite gefällt mir teilweise nicht ganz so, weil es halt so viele Lücken dann gibt einfach oder so weite Passwege einfach gibt. Das ist nicht so gut eigentlich. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal die Verteidigung auszudribbeln. Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Und ich meine mit Sancho und Beino Gittens und Brandt und Matcher eigentlich auch haben wir gute Dribbler hier in der Offensive, die das eigentlich hinbekommen sollten. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Ecke mal, wieder kein Highlight aus dem Spieler raus, aber am Ende nehme ich es mit, wenn es ein Tor ist. Alea an den Pfosten oder in die Latte und dann gibt es die nächste Ecke für uns. Gute Ecke von Julian Brandt auf den kurzen Pfosten. Da haben wir halt unsere ganzen Kopfballstarken Spieler. Süle und Alea zum Beispiel rennen da rum. Wir führen sie flach in den Rückraum aus, aber das war dann einfach schwach von Sancho gemacht. Das muss man einfach sagen. Und generell ist das einfach ein schwaches Spiel. Wir kriegen nicht ein Highlight wieder aus dem Spieler raus hin. Nächste Ecke zumindest mal. Süle knapp drüber. Überabstoß gibt es. Also das ist alles wirklich, also ja, eine Desaster-Class vom Feinsten. Jetzt haben wir hier die nächste gelbe Karte. Da machen wir mal vorsichtig rein. Jetzt vielleicht mal aus dem Spieler raus durch einen Fehler. Da holen wir uns den Ball wieder bei Nogittens jetzt mal. Brandt wird mitgenommen im Rückraum. Brandt hat keine Anspielstation vorne. Nimmt Wolf mit, der mal einen kleinen Vorstoß wagt. Wolf über die rechte Seite hier. Wolf bleibt am Ball. Nimmt Brandt wieder mit. Mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Bei Nogittens jetzt nicht das Kopfballmonster. Der verliert auch das Duell. Benzebaini bleibt aber dran. Wir bleiben irgendwie am Ball. Alea. Gittens. Wieder Benzebaini. Benzebaini. Sancho. Es ist mir scheißegal wie. Das war wieder kein wirklich krass rausgespieltes Tor. Das war sehr viel Glück. Und irgendwie hin und her da, muss man sagen. Einfach hoch, den Ball in die Mitte. Dann wieder so halb geklärt. Bei Nogittens nimmt der Benze bei Ihnen gut mit. Dessen Schuss wird zwar geblockt. Aber Sancho steht dann halt goldrichtig. Also wie gesagt, das war auch wieder kein gut rausgespieltes Tor. Oder sonst was. Das war kein Produkt von unserer Taktik. Einfach nur Glück. Aber wir nehmen es jetzt im ersten Mal mit. Denn dadurch schieben wir uns vor Leipzig. Und haben jetzt gleich noch eine Chance zu wechseln, würde ich sagen. Weil wir haben ja jetzt nur noch eine Wechselperiode. Die müssen wir ja dann auch gleichzeitig ausnutzen, um halt alle Wechsel zu tätigen, die wir wollen. Wenn sie bei Ihnen ist, relativ gut am Arsch. Ich würde sagen, dann schiebt mal Wolf mal jetzt auf die linke Seite. Und ich versuche mal Wolf als inversen Flügelverteidiger auf Angreifen. Weil das könnte er vielleicht ganz gut. Dafür wird Gittens halt ein normaler Flügelspieler. Genauso wie Sancho probieren wir es mal. Sancho, ja. Ups. Sancho probieren wir mal auf Angreifen und Gittens auf Unterstützen. Ansonsten haben wir noch zwei weitere Wechsel, die wir tätigen können. Und die will ich dann auch tätigen. Wir müssen mal schauen, wo. Firkuk für Aller und Sabitzer für eben Ötchan auf die Sechs. Ich will mal Elmer Can in diesem Spiel meiden. Und mal wieder mal Sabitzer da ausprobieren. Das habe ich am Anfang schon auf der tiefen Sechserposition probiert. Probieren wir es jetzt mal auf dem Ball erobern. Der kann ja auch einigermaßen verteidigen. Ist dazu noch passstark. Also mal schauen. Ball hinter die Abwehrkette hier. Schlotterbeck ist aber da. Und das war eh abseits. Nächstes Highlight. Vielleicht jetzt mal wieder für uns. Holt sich Sancho da den Ball gegen Juracek? Nein. Aber vielleicht holen wir uns jetzt hier bei den Ball gleich wieder. Indem wir da sehr gut rauf gehen. Ryerson holt sich die Kugel und macht das ganz gut. Jetzt bauen wir aber wieder ruhig über hinten auf. Dann stehen sie sich so ein bisschen auf den Beinen, die beiden. Sabitzer, Sancho. Haben ein bisschen Glück, aber Wolf ist da. Bei Nogittens dreht wieder ab. Wir bauen es wieder über hinten auf. Metzger und Sabitzer da. Wieder Metzger. Schlotterbeck. Also wir machen das Ganze wirklich relativ ruhig. Muss ich mir nochmal wirklich überlegen, wie wir da nächste Saison rangehen wollen. Bisher funktioniert es ja einigermaßen. Zumindest mal in der Liga. Gute Chance von Brandt. Aber ja, das Gelbe vom Eißen ist es immer noch nicht. Jetzt haben wir hier die... Ach nee, eine Ecke für Hoffenheim. Bitte nicht den Standard, durch den Standard den Ausgleich hier kassieren. Das wäre komplett unnötig. Der Ball bleibt noch heiß. Ist noch da, die Szene auf jeden Fall. Hier Juracek mit der nächsten Chance zu flanken. Juracek und Soki. Ja, sie bauen wieder über hinten auf. Und jetzt können wir das hoffentlich wegverteidigen. Aber Schlotterbeck klärt nur zur nächsten Ecke. Ja, das gefällt mir alles nicht so ganz. Ecke kommt in die Mitte. Süle klärt. Aber der Ball bleibt halt immer noch heiß. Wir kriegen nicht wirklich Druck dahinter. Wir setzen die auch nicht wirklich unter Druck. Wir haben ja auch kaum Highlights selber, muss man sagen. Das ist insgesamt wirklich nicht gut. Wolf jetzt mal mit einem Lauf. Beino Gittin ist mitgenommen. Wolf. Sabitzer. Brand. Das ist nicht schlecht gespielt. Aber dann drehen wir halt wieder ab. Und hintenrum. Sabitzer mit dem Distanzschuss. Bringt uns zumindest nochmal eine Ecke ein. Und ich glaube, das sollte es dann auch gewesen sein. Es ist gleich Schluss. Nur noch eine Minute knapp zu spielen. Wir haben jetzt hier die Ecke. Werden noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, denke ich mal. Und dann das Ganze hoffentlich über die Zeit auch bringen. Sancho nochmal. Nimmt Brand mit. Der stand hoffentlich nicht im Absatz da auf dem Flügel. Und dann gibt es halt die nächste Ecke. Und wie gesagt, das sollte es eigentlich gewesen sein. Also wir hätten es deutlich besser ausspielen müssen, in meinen Augen, mit einem Mann mehr. Das war dafür wirklich schwach, was wir hier gemacht haben. Am Ende stehen aber erstmal die drei Punkte. Und ganz im Ernst, bevor ich mir nicht den Kader selber strukturieren kann, kann ich damit ganz gut leben. Wir müssen trotzdem besseren Fußball hier spielen und mehr dominanter einfach auftreten. Aber er zählt für mich hier wirklich in der Rückrunde erstmal nur die Ergebnisse. Und im Sommer werde ich mir den Kader dann schön umstrukturieren. Und das könnt ihr wissen. Da werde ich euch dann alles auch zeigen. Ich habe schon ein paar Pläne im Kopf. Hier sehen wir es nochmal. Okay, am Ende 1,45 XG rausgespielt. Haben aber kaum was davon gesehen. Halt das Tor über Sancho. Und das war aber auch wirklich nur Glück im Endeffekt. Aber ja. Am Ende steht halt der Sieg. Die drei Punkte. Das ist wichtig. Damit schieben wir uns dann auch vor. Das können wir uns jetzt gleich nochmal angucken in der Tabelle. Müssten wir jetzt hier auch sehen. Genau. Wir schieben uns vor. Leipzig und Stuttgart sind zwei Punkte vor den beiden. Und ich denke, das war dann auch wirklich ein wichtiger Sieg. Vor allem, weil Frankfurt auch von hinten langsam rankommt. Nur noch fünf Punkte. Jetzt in dem Fall von Frankfurt auf Platz fünf. Also, ja. Das wird ein enger Kampf um die Champions League. Wir haben schon jetzt erstmal die Nase vorn. Mal schauen, wie es nach den nächsten beiden Spielen aussieht. Ich würde sagen, die mache ich jetzt offscreen. Und zeige euch im Nachhinein die Ergebnisse. Jetzt kommen wir nochmal an die Verletzungen. Muskelfaserriss in der Wade bei Adeyemi. Drei Wochen. Drei bis vier Wochen. Hurts. Was noch mehr hurtet, ist Giovanni Reiner. Muskelbünderriss an der Oberschenkelrückseite. Drei Monate fällt er aus. Hatten wir auch extra noch den Vertrag verlängert. Nach der Saison bekommt er einen neuen Vertrag. Sieht man das hier irgendwo? Ne. Ah, hier doch. Vorläufig zugestimmt. Einen neuen Vertrag. Ne. Für ein bisschen mehr Gehalt. 500k mehr Gehalt knapp. Und dann auch eine Verlängerung. Ich glaube bis 28. Ich glaube in dem Dreh war das. Also er kriegt auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Hat er ja auch in Real Life bekommen. Da wurde er zwar verliehen. Aber davon halte ich nichts. Ja, das ist jetzt natürlich belastend. Fällt im Endeffekt für die gesamte Rückrunde aus. Wenn wir ehrlich sind. Die Saison-Streten mehr oder weniger beendet. Das tut extrem weh. Da sind wir zwei Wochen später ungefähr in-game. Und wir schauen uns mal an. Wir sehen. Manchester United ist weiter gegen Sevilla. Porto schmeißt klar und deutlich Marseille raus. 8 zu 4 in beiden Spielen zusammen. Souveräner Sieg für Barcelona. 3 zu 0 City rausgehauen. Easy as that. Ich glaube das hier war sogar eine Verlängerung. Atletico gegen Leipzig. 4 zu 3 am Ende für Atletico. Inter Arsenal und wir gegen Lazio stehen jetzt noch aus. Ansonsten ist Bayern weiter gegen Real. Und PSG haut Real Sociedad raus. Das ist ja glaube ich sogar eine Partie, die in Real Life stattfindet, oder? Sociedad gegen PSG. PSG ist ja glaube ich in Realität auch ausgelost worden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube. Aber wir wollen uns natürlich nochmal unsere Ergebnisse angucken. Beziehungsweise gucken wir erstmal auf die Tabelle. Und wir sehen, dass wir 48 Punkte haben. Ein Punkt vor Leipzig. Zwei vor Stuttgart. Es ist Beidhain eng. Und das liegt daran, dass wir zunächst einmal gewonnen haben gegen Union Berlin. 3 zu 1. War ein schwieriges Spiel. Wir sind sogar in Rückstand geraten durch Kevin Behrens. Ich glaube nach einer Ecke war es. Wir können uns das ja nochmal angucken. Hier die Tore. Im Schnelldurchlauf. Sind sogar in Rückstand geraten. Haben das Ding aber am Ende gedreht. Vor allem durch Rami Benzebaini. Der einfach drei Torbeteiligungen hatte in diesem Spiel. Hier Behrens mit dem Tor nach der Ecke. Genau. Flanke. Kopfball drin. Hier wir mit dem Standardtor. Schlotterbeck köpft quer zu Benzebaini. Der ist da und haut das Ding easy rein. Und dann haben wir wieder Benzebaini am Start nach einem Einwurf. Bringt den Ball schön in die Mitte. Fölkug läuft ein und köpft unhaltbar für Renne und Eck. Wieder ein Einwurf. Wieder Benzebaini. Der hat ein bisschen Glück, dass der Pass ankommt. Marco Reus eingewechselt. Haut das Ding zum entscheidenden 3 zu 1 in der 88. Minute rein. Es war aber wirklich spät, muss man sagen. 82. und 88. sind diese Tore gefallen. Und das hat uns am Ende den 3 zu 1 Sieg beschert. Gegen Bremen dann wiederum auswärts. Auch wieder zwei Verletzungen in der ersten Halbzeit. Das tat richtig weh. Wenn wir auf die Statistiken gucken, hätten wir das Ding klar gewinnen müssen. 1,44 zu 0,25. Am Ende verlieren wir das Spiel, weil wir halt eben selber kein Tor erzielen. Wir hatten ein paar Chancen am Start. Unter anderem Sebastian Alea hat einen Fehlpass abgefangen und war frei vom Keeper. Haut den am Ende drüber. Das ist das Tor, was uns am Ende die Niederlage beschert. Flanke Kovnatski. Wir klären ihn eigentlich schon, aber ein Matcher springt am Ball vorbei und ein Nabi Kater haut das Ding krank in den Winkel. Das hat am Ende das Spiel für uns oder gegen uns entschieden. Dadurch stehen wir halt eben mit 48 Punkten jetzt. 1 vor Leipzig und 2 vor Stuttgart auf Platz 3 immer noch. Wir sind immer noch ganz gut mit dabei. Benzema Inivil funktioniert auch wirklich gut auf der linken Verteidigerposition, muss man sagen. 1 Tor, 3 Vorlagen jetzt in den letzten Spielen gesammelt da. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt gegen Lazio immer noch Ersatz geschwächt. Wir haben immer mehr Verletzte mittlerweile. Also das ist echt krass. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da jetzt gegen Lazio im Heimspiel, Heimspiel wohl gemerkt, müssen wir gewinnen in meinen Augen. Und wenn wir gewinnen, sind wir eigentlich schon weiter mehr oder weniger, weil solange wir gewinnen, sind wir halt weiter. Weil wir haben das Hinspiel verloren. Solange wir das Rückspiel gewinnen und sei es dann halt ein 2-0 oder so, sind wir weiter. Egal, ich würde sagen, ich mache die Aufstellung und wir sehen uns dann gleich im Spiel. So gehen wir rein in das Spiel. Wir, ne natürlich, Sabitzer kommt noch rein für Matcher. Das hatte ich vergessen. Aber so gehen wir rein bei Nogittens und Mahlen auf den Flügeln. Dann sind wir aktuell durch den Besetzer. Die Jemite ist zwar jetzt zurück von der Verletzung, aber will ich jetzt noch nicht direkt in die Startelf werfen. Dürren Will hat jetzt im letzten Spiel nicht so überzeugt. Alea jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen kriegt Völkuk jetzt mal wieder die Chance in der Startelf. Mahlen funktioniert ganz gut, muss man sagen. Brandt, Sabitzer, Can ist theoretisch unsere Bestbesetzung. Auch wenn es Ötchan jetzt die letzten Spiele nicht schlecht gemacht hat, will ich trotzdem versuchen, natürlich die beste Elf auf den Platz zu bringen. Hinten Süle, Humic, Stotterbeck, Benzibaini ist auch aktuell unsere Bestbesetzung, die wir bringen können. Ja, Kovale dann logischerweise im Tor. Wir haben Blank, Mané und Wäthien aus der U19 quasi mitgenommen. Natürlich Dürren Will auch noch. Na, der gehört ja eigentlich schon zum Profikader. Genau, damit gehen wir rein in das Spiel gegen Lazio und das Rückspiel. Hoffen wir, dass was wird. Hier we go, wir sehen natürlich erstmal unsere Startelf. Wir gehen ganz normal rein, wie wir es eben schon gezeigt haben. Und dann gucken wir uns jetzt auch mal die von Lazio an. Hatten ja in der letzten im Hinspiel die gleiche Formation und so sieht es im Endeffekt auch wieder aus. Werden wir wahrscheinlich auch wieder mit zwei inversen Außenverteidigern spielen, beziehungsweise einen Flügel und einen Außenverteidiger inverse jeweils. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Wir gehen rein und hoffen, dass wir uns im Rückspiel hier rächen können. Direkt ein Highlight durch den Freistoß. Sabitzer auf Mahlen. Mahlen! An die Latte. Nach 50 Sekunden direkt die erste gute Chance für uns. War nur ein Distanzschuss im Endeffekt, aber war stark gemacht von Daniel Mahlen, der wie gesagt wirklich hier on fire ist an der Stelle. Also der funktioniert wirklich ganz gut aktuell. Hoffentlich geht es so weiter. Wir haben das nächste Highlight. Emre Can kann den Ball nicht kontrollieren. Auch ein bisschen unsauberer Pass gewesen, aber den kann er trotzdem in meinen Augen irgendwie kontrollieren da. Eieieieiei. Ja okay, aber jetzt haben wir sie zumindest mal davon abgehalten, direkt anzugreifen. Jetzt kommen sie aber trotzdem wieder über Sakani, der wirklich schon im Hinspiel gefährlich war. Und Alberto mit der Abschlusschance. Ja, es geht eigentlich so los, wie es im Hinspiel schon angefangen hat, um ehrlich zu sein. Also wir mit unnötigen Fehlern in der Defensive und die mit Chancen. Jetzt vielleicht wie immer mit einem guten Angriff. Bei Nogittens wird schön freigespielt über Sabitzer dann noch. Und Sabitzer für Krug trifft Marusic. Okay, das war noch abgeblockt. Ich habe mich schon geundert, warum der den weiß ich wohin schießt. Aber das war eine richtig, richtig gute Chance. Müssen wir natürlich nutzen. Süle mit dem Kopfball, aber Provedel kommt ran und es gibt die nächste Ecke. Also wir kommen hier gut ins Spiel. Wir haben ein paar Chancen. Und das auch aus dem Spiel daraus. Bei Nogittens direkt mit einem guten Start. Hier ist Süle auf den zweiten Pfosten zu Füllkrug. Aber der trifft selber nur dann das Aluminium. Schade. Also es ist wirklich ein starker Anfang. Kommt, Leute. So müssen wir weitermachen. Nächstes Highlight. Benze Baini mit dem Einwurf über die linke Seite. Kombinieren wir uns stark. Bei Nogittens versucht es mit dem Ball auf Füllkrug. Bei Nogittens. Äh, mit dem Ball auf Mahlen hat er es probiert. Der kam nicht ran. Dann Füllkrug für Bei Nogittens abgelegt. Leider nicht aufs Tor gebracht. Der muss halt aufs Tor kommen, der Schuss. Das ist halt eine Position und eine Ausgangssituation, die er halt schon aufs Tor bringen muss eigentlich. Aber er ist halt jetzt nicht der Abschlussstärkste. Ja, es ist eine gute erste Halbzeit gewesen. Sehr, sehr gute. Wir hätten halt unser Tor machen müssen und haben es nicht gemacht mal wieder. Das tut halt weh. Und das wird am Ende auch bestraft. Aber wir bestrafen diese schwache erste Halbzeit von Lazio durch eine Ecke. Niko Schlotterbeck nimmt das Ding Volley und hämmert es in die Maschen, nachdem der Ball zunächst mal nicht richtig geklärt werden kann von Lazio. Schlotterbeck steht dann perfekt und haut das Ding Volley rein. Let's go. Ausgleich. Und damit ist alles auf Null gestellt. Beziehungsweise hier die Führung. Aber insgesamt ist alles natürlich auf Null gestellt. Und ich würde sagen, das war wirklich eine starke erste Halbzeit. Weniger Ballbesitz, klar. Aber aus dem wenigen Ballbesitz fast 1,6 xG rausgeholt. Und sie haben nur eine Abschlusschance gehabt. Das war diese Chance von Alberto. Kam nicht mal aufs Tor. Es läuft gut. In der zweiten Halbzeit passiert hier relativ wenig. Ben Subaini auch mit einem schwachen Spiel bisher. Und ja, er sieht auch rein von der Ausdauer her nicht ganz so gut aus. Musste halt sehr viele Spiele durchballern jetzt natürlich. Wenn wir wahrscheinlich Wolf dann einwechseln, sollte er ja einigermaßen können die Positionen, wie schon gesagt. Aber Marzen war leider noch nicht ganz fit. Aber hier der schöne Angriff, schöne Kombination. Sabitzer auf Füllkrug und der haut das Ding ins lange Eck, ins rechte Eck. Richtig schöner Abschluss und ein sehr guter Angriff in meinen Augen. Auch sehr schön gespielt. Über Marzen nehmen wir Süle wieder mit. Nee, Can nimmt er mit. Der mit einem sehr guten Ball auf Sabitzer. Der spielt den Ball direkt. Füllkrug mit einem guten Lauf und einem eiskalten Abschluss. Sehr nice. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt auch wechseln. Und wir wechseln eben Ben Subaini aus. Wie gesagt, der ist angeschlagen, beziehungsweise der ist schon gut angenockt einfach. Und ich glaube, wir müssten eigentlich auch... Er spielt ein gutes Spiel, aber er verdient seine gelbe Karte. Ist natürlich immer schwierig, natürlich. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel Grund zu wechseln. Wir bringen mal einen Matcher für Brandt, der bisher noch nicht ganz so ins Spiel gekommen ist. Aber ich hoffe, die beiden werden das regeln. Auch wenn Wolf erstmal nervös ist, soll er hoffentlich da erstmal keine Scheiße machen. Stotterbeck müssen wir halt wirklich im Auge behalten. Weil er verdient seine gelbe Karte. Das ist immer schon nicht ganz so gut. Da müsste man dann schon rangehen. Ich meine, ich habe ihn mir jetzt eingestellt. Er soll vorsichtiger in die Zweikämpfe gehen. Aber das ist trotzdem nicht so ideal. Das Problem ist halt auch, Hummels spielt jetzt kein krasses Spiel. Also eigentlich könnte man auch überlegen, Hummels rauszunehmen. Dann müssten wir halt Südl in die Innenverteidigung schieben. Oder wir probieren es halt mit Manet. Aber das ist mir einfach zu knapp dafür. Ich meine, Wettchen haben wir damals reingebracht. Kove mit der Parade. Wettchen haben wir damals auch in einer engen Situation. Reingebracht und er hat es sehr gut gemacht. Aber das ist mir trotzdem alles ganz schön risky hier in der Champions League. Will ich natürlich jetzt nicht riskieren, wo wir eine sehr gute Ausgangslage haben. Und eigentlich auch ein gutes Spiel machen. Hier die Ecke wird abgewärts. Da kann ihn aber nochmal Alberto mit Matcher. Aber es war eh abseits. Von daher Glück gehabt. Und wir müssen auf jeden Fall wechseln. Also das geht ja hinten auch. Also die sind ja alle außer Puzzle. Wir müssen jetzt Philippe Manet zu seinem Debüt bringen. Das bringt sonst gar nichts. Jetzt Schlotterbeck muss jetzt erstmal weitermachen. Und das Aushalten und Malen kommt auch noch raus. Dafür kommt Durian Will rein. Und einen Wechsel besparen wir uns halt noch auf, falls wir wirklich in die Verlängerung müssen. Und dann müssen wir halt wirklich überlegen, ob wir mit Henry Blanc und Philippe Manet da hinten spielen. Oder ob wir irgendwie Süle in die Innenverteidigung ziehen. Auch wenn der auch schon angenockt ist, was die Ausdauer angeht. Also wir ballern halt aktuell wirklich gut durch, weil halt so viele verletzt sind. Guter Freistoß von Sabitzer. Aber vielleicht können wir es ja irgendwie über die Zeit bringen hier. Das gibt direkt das nächste Highlight nach diesem Freistoß. Vom Abstoß an. Hier das Highlight. Patrick. Hijai. Kommen wir da vielleicht früh an den Ball. Das wäre nicht schlecht. Aber es sieht eher danach aus, als ob sich hier ein Angriff für... Emre Can holt den Ball sehr gut wieder. Durian Will auf Matcher. Der nimmt Sabitzer nicht mit schlechter Ball. Und jetzt geht es direkt Postwende in die andere Richtung. Süle ist da zum Glück. Aber es geht noch weiter. Sakhanji. Und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Das tut weh. Das war, ja, ein unnötiger Ballverlust in der ersten Instanz schon. Dann war der Ball schon mehr oder weniger da geklärt. Und dann ist es wieder ein Matcher, der den Ball halt rausschlagen will. In den Lauf von Durian Will. Aber der kommt halt nicht an. Und dann fliegt uns das so um die Ohren. Und Schlotterbeck fällt, glaube ich, auch noch ab. Und dann ist es halt einfach bitter gelaufen. Das Ganze. Ja. Das heißt dann wohl Verlängerung. Und ich glaube, das könnte uns richtig schaden. Weil ich denke mal, Lazio hat einfach mehr rotiert in den letzten Wochen als wir. Und dann heißt es jetzt, wie gesagt, Verlängerung. Ich finde eigentlich, dass es ein gutes Spiel bisher ist. Aber, ja, schwierig halt, ne. Sühle ist am ehesten K.O. Ja. Wir bringen jetzt halt Schlotterbeck. Genau. Ja. So, meine ich. Für Schlotterbeck bringen wir Sühle in die Innenverteidigung. Manet ist rechts zu. Dann machen wir Schlotterbeck links. Ich glaube, ich mache Manet auch lieber mal einen normalen Innenverteidiger. Ich will nicht, dass der so viele Pässe risikohaft. Ich meine, er hat zwölf passen. Das ist in Ordnung. Aber, ja, da müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Dann bringen wir jetzt noch bei Ryerson rein. Jetzt unseren letzten Wechsel, den wir haben. Wir haben zwei, wir haben sechs Wechsel in der Champions League. Okay, wir können noch ein weiteres Mal wechseln tatsächlich. Das ist dann sogar ganz gut. Ich werde aber nicht Henry Blanc bringen. Das ist mir nichts hinten. Also, ich will mich nicht mit einer kompletten Youngster-Verteidigung. Dann wechseln wir vorne für ein bisschen frische Beine nochmal Allaire rein. Meistens funktionieren unsere Stürmer eh besser, wenn sie von der Bank kommen, muss man sagen. Also, von daher hoffen wir mal, dass das jetzt hier auch der Fall ist. Das traue ich mir nicht. Also, ich gehe nicht mit Philippe Omanet und Henry Blanc in die Verlängerung von der Champions League Viertelfinale. Das machen wir dann doch nicht. Zumal Henry Blanc halt wirklich, also, uiuiui. Er ist halt auch nicht so gut hier, muss man sagen. Da ist Manet schon die deutlich bessere Option auch. Einfach was Potenzial angeht und auch was die aktuellen Fähigkeiten angeht, muss man sagen. Ja, wir gehen rein in die Verlängerung. Mal schauen. Erstes Highlight hat uns gehört. Dieser Freistoß war jetzt nicht wirklich gefährlich. Aber, auf dem Zettel, unser Highlight. Nächstes Highlight vielleicht auch für uns. Emre Can führt da den Ball. Nimmt Wolf mit. Wolf. Ja. Nimmt Beino Gittensen mit wiederum. Der auch ein gutes Spiel macht an sich. Sabitzer. Ja, okay. Verzweiflungsversuch so ein bisschen. Ja, ob das jetzt unbedingt ein Highlight war, sei jetzt mal eingestellt. Erste Halbzeit der Verlängerung ist um. 0 zu 0, beziehungsweise, also, in dieser Halbzeit 0 zu 0. Es bleibt weiterhin 2 zu 2 insgesamt. Kein Tor gefallen. Gab zumindest mal kein Highlight für Lazio. Das ist ganz gut, aber... Okay, Ryerson geht da auf Nummer sicher und klärt zum Einwurf. Ich denke mal, das wird direkt ein Highlight sein, der Einwurf. Genau. Oder auch doch nicht. Okay, wir haben einen Freistoß im Mittelfeld. Der Einwurf war dann scheinbar doch nicht sehenswert. Mané macht keine Scheiße. Ja, guter Ball auf Alea. Beino Gittens, Sabitzer. Wolf mitgenommen. Sehr gut. Wolf in den 16er. Und Provede mit der Farade. Gute Aktion von Marius Wolf, muss man sagen. Geht schön mit nach vorne. Zieht in den 16er. Abschluss fehlt dann halt noch, aber die Ecke ist rausgeholt. Das ist erstmal ganz gut. Standards können wir nämlich. Matcher mit der Ecke auf Alea. Aber der köpft leider drüber. Wir sind hier insgesamt schon die bessere Mannschaft, auch was die Statistiken angeht. Wir haben jetzt hier nochmal einen Freistoß. Mané auf den Matcher. Aber der drüber. Und ja, also wir müssten hier eigentlich... Ja, okay, wir haben halt zwei Tore gemacht und wir haben 2,4 xG. Das passt im Endeffekt schon. Aber ja, wir gewinnen ja prinzipiell auch das Spiel. Aber wir haben halt das Hinspiel verloren. Deswegen, also eigentlich passt es schon, so wie es steht und alles. Aber wir sind halt die klar bessere Mannschaft hier. In meinen Augen müssten wir hier weiterkommen und wir kriegen einen Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Ich habe es erst einmal gesehen in FM24, dass ein Foul zurückgenommen wurde. Dass es nicht als Foul gewertet wurde. Und dementsprechend wird es den Elfmeter geben. Sebastian Alea tritt an. Für Kugel der sichere Elfmeterschütze, aber ist jetzt mittlerweile auf der Bank. Aber Alea bleibt kalt und haut das Ding ins rechte untere Eck. Provedel war zwar in der richtigen Ecke, aber Alea haut das Ding rein. Und wir gehen hier auf Zeitspiel. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Ein bisschen gut, also ein bisschen gut. Ein bisschen lucky vielleicht, aber wir nehmen es mit. Marius Wolf, der nächste gute Vorstoß gewesen. Der holt ja den Elfmeter raus. Südel geht schon auf dem Zahnfleisch da hinten, wenn wir uns das angucken. Also hier sein Herz hier unten, oioioi, schon sehr nah am Ende auf jeden Fall. Aber ein wichtiger Sieg wäre das. Und das ist ein wichtiger Sieg. Wir ziehen ins Champions League Viertelfinale ein. Mussten unbedingt in die Verlängerung gehen, aber Alea entscheidet es da für uns vom Elfmeterpunkt. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel in meinen Augen. Es ist wirklich gut. Aber was ich bin begeistert, sage ich. Das war nämlich ein wirklich starkes Spiel. Wir waren so viel besser als Lazio in diesem Spiel. Und haben uns das Weiterkommen verdient. Auf dem anderen Platz kommt Arsenal gegen Inter weiter. Die gewinnen das Rückspiel mit 2 zu 0, nachdem sie das Hinspern 1 zu 0 verloren haben. Und damit stehen wir im Champions League Achtelfinale. Kriegen wichtiges Geld. Knapp 10 Millionen fürs Weiterkommen. Sabitzer mit einem sehr starken Spiel. Torvorlage und eine 8,0er Bewertung. Hier richtig, richtig gut. Ansonsten muss man auch sagen, Paris Brunner hat mich verlängert übrigens. Ich versuche nach und nach immer ein paar Spielerverträge noch zu verlängern. Philippe Manet mit einer soliden Leistung 6,9. Das ist nicht negativ aufgefallen. Und das ist ja schon mal ganz gut. Er ist dann auch immer im Endeffekt als Innenverteidiger. Von daher auch ein gutes Debüt für Manet gewesen. Bei No Gittens mit einem guten Spiel in meinen Augen. Durian will ein bisschen wieder unauffällig. Aber hey, ist okay. Der ist auch noch jung. Und das war ein wichtiges Spiel. Ich würde sagen, wir haben jetzt glaube ich noch die Champions League Auslosung. Müsste eigentlich noch kommen, bin ich der Meinung. Also die müssten wir eigentlich gleich noch kriegen. 15.3. genau. Die gucken wir uns noch an und starten in dem nächsten Spiel rein mit den Spielen gegen Frankfurt. Wir haben in der nächsten Episode dann auch noch Bayern, Stuttgart. Also Top-Spiele hier. Bayern, Frankfurt, Stuttgart. Da wären wir vielleicht, da müsste man eigentlich alle Spiele mitnehmen. Das sind alles starke Spieler. Im Endeffekt Stuttgart direkter Konkurrent. Bayern ist halt Bayern. Frankfurt ist halt Sechster aktuell. Also müssen wir mal gucken. Vielleicht skippen wir dann sogar das Frankfurt-Spiel. Und dann haben wir halt das Viertelfinale von der Champions League auch am Start. Dazwischen noch Gladbach. Gladbach können wir denke ich mal off-screen wieder machen. Und dann kommen halt auch Leverkusen, Leipzig. Also mal schauen. Vielleicht mache ich es dann nächste Folge bis hier. Und dann die Folge danach die Spiele hier. Und dann haben wir auch schon das Ende. Also ja, das passt denke ich mal ganz gut. Wir werden uns jetzt noch die Champions League Auslosung angucken. Und dann reicht das auch für heute. Here we go. Champions League Auslosung. Wir wollen sie uns natürlich ansehen. Und hier ist sie auch. Wir beginnen die Auslosung. Erhöhen auch mal die Geschwindigkeit. Und hoffen, dass es dann auf jeden Fall losgeht. Gleich geht es los. Steht da. Achso, Auslosung beginnen müssen wir natürlich noch drücken. Und dann gucken wir uns hier die Champions League Auslosung an. Atletico zugelost. Nummer 1. Nummer 2. Okay, das dauert scheinbar sehr lange. Cool. FC Bayern München gegen Atletico Madrid. Porto wäre natürlich ein sehr guter Gegner in meinen Augen. Also sehr schöner Gegner. haben natürlich auch stark gespielt gegen Marseille. Aber die bekommen Arsenal zugelost. Bleibt für uns noch Barcelona, Manchester United und Paris Saint-Germain. Wir bekommen hier das erste Loser. Wir werden zuerst zugelost in dieser Partie. Und Man United, Barcelona oder PSG. Okay, wir bekommen den Gruppengegner aus der Realität Paris Saint-Germain. Und jetzt ist es dann halt Barcelona gegen Manchester United natürlich noch. Das bleibt noch über. Dann haben wir tatsächlich direkt auch noch... Nee, okay, doch nicht. Ich dachte, wir kriegen auch direkt noch die Halbfinale zugelost. Aber okay. Doch, haben wir nämlich hier. Wir kriegen auch direkt noch das Halbfinale zugelost. Das gucken wir uns dann auch noch an. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht glaube, dass wir gegen Paris unbedingt weiterkommen werden. Aber wir können es ja trotzdem mal gucken, wer denn unser nächster Gegner wäre. Erstmal Manchester United gegen Barcelona. Hier als erste Partie. Oder als erster, ja, Pott. Und es wäre dann auch unsere Partie. Manchester United gegen Barcelona. Also rein in der Theorie wäre sogar ein deutsches Finale möglich. Also wir würden sogar Bayern bis zum Finale aus dem Weg gehen. Aber sind wir mal ehrlich. Also Paris Saint-Germain. Bei allem Willen. Ich meine, die sind halt auch erster logischerweise in der Liga. Die waren ja vorher schon erster, bevor wir das hier gestartet haben. Also in der Realität auch schon. Haben hier einen Vorsprung natürlich ausgebaut. Haben Wehen rausgekommen. Okay, so ist hier das auch nicht mal so krass. Nur 1-0 und 0-0. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber ja. Ich gehe immer stark davon aus, dass das im Endeffekt, ja, dann gewesen sein wird für uns. Aber hey. Wir sind zumindest mal eine Runde weitergekommen. Haben heute, ja, zwei Spiele verloren. Drei gewonnen. Das ist eine solide Ausbeute, würde ich behaupten. Und am Ende des Tages beenden wir dieses Video auch auf Platz 3. Von daher bin ich damit auch zufrieden, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es dann auch gefallen. Ich bin, wie gesagt, zufrieden. Lasst mir bitte gerne ein Like und einen Kommentar da. Das würde mich richtig freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao. 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 Ciao.